UNTERTITELUNG Komisch, aber ich hab das Gefühl, als wäre ich schon seit Jahren aus Paris weg. Was treibt die eigentlich den lieben langen Tag? In der Stadt können sie machen, was sie wollen. Aber hier ist das anders. Ich würde gerne einmal lesen, was sie schreiben. Ich glaube, sie haben großes Talent. Nur hier kann ich schreiben. Außer mir kommt niemand hierher. Du kommst jetzt her! Ist das ihre Tochter? Ich kann sie unterrichten. Sie scheint sehr an der kleinen Valentin zu hängen. Wem hat das Kleid denn gehört? Valentin ist verschwunden. Ich muss immer an sie denken. Was ist passiert? Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer sein würde. Zu vergessen. Bewahre uns vor dem Bösen, vor der Versuchung und vor dem Unglück. Als die aus Paris hierher gekommen ist, ging's los. Das Haus verändert einen. WVOER R treatments Das heißt?" Untertitelung des ZDF, 2020